So und jetzt machen wir unseren Spezial-Indoor-Test mit dem Hue 500. Bleibt dran, es wird spannend. Also die Nachbarin ist gerade weggefahren mit dem Auto. Ich störe es euch quasi nicht. Ihr braucht euch keine Gedanken drüber zu machen. Das eingeschalten hier. Stufe 1 habe ich jetzt das hier abgeschaltet. Echt entgefunden haben wir hier. So, das schalten wir ein. Und. Okay, so. Das ganze kalabrieren wir. Und im sogenannten Ton gehört. Und wir machen jetzt mal hier. Ganz leicht läuft er an. Stufe 1. Also Stufe 1 war das jetzt. Da habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Dass man dann an mich aufschaukelt. Stufe 2. Ich kalibriere nochmal. Vorsicht salber. Ihr könnt sehen, wie er hier wirklich super anläuft. Dafür könnt ihr hier so ein bisschen sehen. Mit den Haaren händen. Das war's. Also das ist jetzt für Untour nicht mehr so toll, das ist wirklich schon sehr anstrengend zu fliegen und ja gerade hier habe ich gedacht, er pendelt schon ein bisschen hin und her und dann schon Angst, dass er irgendwie hier kollidiert und dann stürzt er wirklich ab. Okay, wir haben es ausprobiert und tschau dann, bis zum nächsten Mal. Okay, wir haben es ausprobiert, bis zum nächsten Mal.